Servus Freunde, ich wollte nur mal vorab sagen, wir sind auf jeden Fall ein paar Videodateien flöten gegangen. Ich werde das letzte aufgenommene Video von der GoPro gespeichert zuerst hoch, also zuerst ins Video reinschneiden und danach halt die Datei, die ein bisschen jünger ist. Deshalb wundert euch nicht, warum es in dem einen Teil ein bisschen dunkler ist und dann auf einmal wieder heller wird. Ja, und in dem Sinne, ab ins Video! Die Chicks waren heute nicht da, 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 die Chicks waren heute nicht da, 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 die Chicks waren heute nicht da, 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 da fährt er denn die kurve jungen let that shit breathe am inna zikrm alter mir wird kalt und ich kann kein entchen einer einer schönen dame schenken ich kann es einfach nicht weil ich finde keine schöne dame es ist einfach 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 scheiße wisst ihr das ist so als würdet ihr euch einen döner kaufen und es ist einfach kein dönerfleisch drin oder er sagt jo freunde macht die hand auf und dann legt euch einfach das dönerfleisch ohne brot im brot in die hand das ist einfach er freunde ich glaube ich fahre jetzt zurück die chicks lassen auf sich warten aber es ist einfach kein schick hier so wisst ihr wisst ihr wie ich das meine ich finde ich finde keine bis hier ich habe eine gefunden die wunderschönes aber ich habe sie gehen lassen da und let them go freunde lasst euch das gesagt sein da und let them go niemals eine frau die wunderschönes gehen lassen niemals es ist einfach es ist einfach notwendig eine wunderschöne frau zu halten einfach zu halten so wie ihr damals wahrscheinlich als kleine kinder eure eure kuschelbären oder schnuffeltücher oder sonst was so wie ihr die festgehalten habt so müsst ihr eine wunderschöne frau festhalten und freunde ich sag euch die müsst ihr immer bei euch behalten weil sobald ihr eine wunderschöne frau weil sobald ihr eine wunderschöne frau gehen lasst ist einfach ende es ist einfach vorbei ihr werdet nie wieder eine eine so schöne frau wie sonst auch immer ihr schon mal gesehen habt und wirklich gekannt habt ihr werdet sie nie wieder finden ihr werdet sie einfach nie wieder sehen und das ist halt so ja das ist dann das größte problem bei der sache ja freunde ich habe gerade wirklich kein einzelnes chick so also gut ich habe ein chick gefunden aber das war digga so eine reaktion hat nicht mal mohamed ali in seinen besten zeiten gehabt und so schnelle reaktionen ja freunde wenn euch das video gefallen hat schreibt auf jeden fall ein bisschen was in die kommentare lasst ein like da ein abo wäre auf jeden fall leute ein abo wäre so geil wenn ihr wirklich mehr von mir sehen wollt klar direkt bike videos werden eventuell nur was wenn ich mit meinem kollegen spreche dass ich noch mal ein bisschen sein bei kriege noch mal ein bisschen sein kennzeichen missbrauchen kann für irgendwelche sachen blitzer fotos oder sonst was lasst auf jeden fall ein abo da wenn ihr mehr sehen wollt und in dem sinne haut rein freunde und